Ladies and Gentlemen, willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen heute Beats the Beast Infinity Evolved. Und wer ist wir? Mit dabei ist die Prima Ballerina, der Kosmonaut, der Reward Claimer himself. Wie dick als froh. Ja, okay, einen wunderschönen guten Hallo. Also das mit dem Astronaut und dem Reward Claimer, das lasse ich dir noch durchgehen. Aber Prima Ballerina, ist doch mal spitzt oder was? Ich spinn würde, jetzt mal im Ernst. Ach ja, du nie, ich weiß. Oh, guck mal hier, Save the World. Ganz toll. Das ist schon mal gut, ja. Ja, wir spielen Feed the Beast Infinity Evolved nicht im Expertenmodus. Nein, lieber nicht. Nee, weil das ist ein bisschen arg krass. Ich glaube, das würden wir die Zuschauer eigentlich auch gerne sehen. Ich meine, so ein G-100-Volgen-LP, ne? Ja, mit Sicherheit, ja. Aber dann machen wir wirklich ohne Cuts. Ja. Natürlich, ja. Das ist auf jeden Fall. Ja gut, ähm, wir haben hier so einen kleinen Server aufgestellt, aufgesetzt. Der Dosch hat hier noch eine schöne Biomes Oplenty Welt draufgeknallt. Wir haben aber noch zwei weitere Mods mit drin. Und zwar Galacticraft haben wir noch drin. Mit Galacticraft Planet? Genau. Und wir haben dafür, äh, jetzt muss ich gerade mal selbst gucken, Mystcraft rausgeworfen. Und dafür aber die Mining World mit reingenommen. Jo. Also wurde vorgefragt, welche Mining World? Die Aroma 1997. Genau. Die haben wir noch dazu gepackt, dafür eben Mystcraft raus, weil Mystcraft, hm, ja, ist ganz toll. Aber, hm, ich finde ich, äh, ja, das ist eben für, für den Server nicht unbedingt, äh, ja, fördernd, sag ich jetzt mal. Je nachdem müssen wir auch später nochmal schauen, weil es gibt ja noch hier so ein Ähnlichen, was die Lüftkraft der F-Tools, da kannst du auch so welche erstellen. Ah, okay. Ah, ja, schauen wir mal, was der für eine Performance, äh, da ist klar gefördert. Vor allem ist auch gut ein Balancer, weil du halt dafür auch noch, wie in der Name schon sagt, du helfen brauchst. Genau, ja. Ähm, dann ist noch geplant, dass wir Rotary-Kraft dazu bekommen. Aber da brauchen wir noch ein bisschen Hilfe. Wir haben da schon mit dem Trivolo drüber geredet, der, äh, hilft uns da bei der Config und, ja, leuchtet dann. Gut, ähm, dann würde ich mal sagen, ich mache mal, äh, do, daylight, äh, true. So, Game Rule has been updated und dann laufen wir mal los, ne, suchen wir uns mal ein schönes Plätzchen. Ich sehe da drüben schon ein bisschen, oh, da ist eine Note. Ah, eine normale, sehr schön. Ja, die Hungry Notes haben wir eigentlich laut Config abgestellt, aber, ja, die sind trotzdem noch da. Ja, das haben wir schon gefunden. Komisch. So, ich habe schon ein bisschen Zockerrohr gefunden. Oh, das ist gut, nehmt gerade mit. Ich mache jetzt hier mal noch ein paar Bäume kaputt. Ähm, ja. Na, setzen habe ich, okay. Ja, komm, ich habe einen Kumpel, okay. Was denn? Ich war mir schon mit meinem Kumpel, die haben zu battlen. Ich bringe mal einen Zombie mit, ne? Ja, ja, klar. Wie, du bringst einen Zombie mit? Ja, hier ist ein Zombie in Goldrüstung. Hm, super. Ja, solange es nur Gold ist und kein Mechanism, gelönt sie. Ich glaube, Mechanism ist hier gar nicht dabei, gell? Ne, ne, Mechanism ist hier nicht dabei. Ja. Wo ist denn der? Da unten, oder was? Ne, ne, da drüben war der. Ah, okay. Wir wollten eh Richtung Süden gehen, ne? Haben wir ja gesagt. Ja, ja. Ich habe einen Haumann, eh. Oh, hier ist ein Hexenkreis. Oh, äh, mach mal einen Bogen drum. Oh, der ist nicht schnell genug. Ich zeig dir jetzt mal, wie das geht. Mhm. Wird bestimmt angegriffen. Ich war nie da. Okay. Oh, hast du schon gelootet, oder was? Ja, sicher. Ha, krass. Ich habe doch gesagt, muss nur schnell genug sein. Ja. Oh, ein Skelett. Schnell weg. Das hat auch mich getriggert. Aua. Undriftig. Das ist auch geil. Hat auch mich getriggert. Ja, ja. So, schauen wir uns erst mal ein schönes Eckchen aus. Wo wir dann... Oh, Schafe. Ha. Können wir vielleicht schon mal ein Bett bauen, ne? So. Wie geht das aus? Willst du eigentlich irgendwas mit, ähm, ich schätze mal nicht, aber mit Botania machen? Äh, also so einen Ring hätte ich gerne mal. Weil Botania ist halt hier das Wundervolle, dass sie nach... Oh, genau. Ja, mach du. Also. Mach hier mal ein Schaf tot. Äh, bei Botania ist ja der Fall, dass mittlerweile da die Pflanzen nach... ...drei Minecraft-Tagen draufgehen. Ja, stimmt. Hast du mal gesagt, ne? Ja, ja. Hat man ja beim... ...Ruim vom Tripodom. So, ja. So, ich könnte mir schon ein Bett bauen. ...bauen. Bauen, 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 Bauen. Bauen, Bauen, Bauen. Na, du kannst es nicht. Ja, ich kann es halt ja, weil ich so wirklich... ...äh, ein Bett. Da verkenne ich wieder was anderes. Wunderbar. Was denn? Bus bauen? Ja genau! Komm Freddy, Bus bauen! Warte mal, ich mach noch eine Axt, dann können wir unterwegs noch ein bisschen Holz farmen. Also wenn du irgendwo Hunger kriegen solltest, ich hab hier noch 3 Euro Krabben, eine Muschel, eine Schnecke. Nö, nö, brauch ich nicht. Warte mal. Was bist denn du? Du bist ein Rubberwood. Könnten wir vielleicht mal mitnehmen? Ja, ich werd wahrscheinlich eher auf die Rubberwoods von MFR gehen. Okay, das ist ein IC2 Rubberwoods. Kann man nicht... Toll. Hat sich ja gelohnt. Oh, Apfel, 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 Apfel. Ja, komm. Nee, der ist noch nicht fertig. Achso, schade. Spielst du eigentlich mit einem Texture Pack? Nee, ich hab mir gedacht, ich nehm mal das Stück normale. Also bei mir gibt's ein Texture Pack und zwar das Faithful. Ja, da hab ich mir auch noch Gedanken drüber gemacht, ob man das vielleicht nicht nehmen kann. Aber so, Soratex hab ich jetzt keine Lust drauf. Boah, weißt du wie gut das tut mit so vielen FPS zu spielen? Ja. Ja, ich hab ja jetzt auch zu Weihnachten, hab ich einen neuen Prozessor bekommen. Ein i7 Schlagenstuhl mit 4,2 Gigahertz. Ja, und ich glaub, FPS mäßig läuft er. Boah, bestimmt. So, komm hier, danke. Sooo. Was denn? Ach, da hinten, da vorne bist du schon. Ja sicher. Ja, hier, ich mach, oh, Zuckerrohr. Komm, hol mal auf, alter Mann. Hehehehe. 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 Das sind Botania-Blumen, falls du welche brauchst. Nee, nee, mit Botania mach ich nix. Warum nicht? Den Kampf tue ich mir kein zweites Mal an. Achso, okay. Ich werd mir auf jeden Fall mal so'n Ring machen oder sowas. Ja, mal schau dich mal vor. Hey, das sieht interessant aus. Ja, Botania, doch, passt doch. Bitte was denn? Ach, shit. Hier auf der anderen Inselseite, da. Das ist, weil das ein flaches, glaub ich. Äh. Ah, ja, so Plenty. Ah, okay, ja. Gehen wir mal rüber. Ja. Uuuh, dauert das. Ich bin das noch gewohnt von meinem Vanilla, dass ich da schneller schwimmen kann. Ach, seh, hier die Verzauberung schwimmt, ja. Ja, genau. Oh, ein Samen. Mehrere Samen. Samenlänse. Einmal Mandrake. Oh, ja. Karotten. Und Potato hab ich schon. Geil. Ja, Karotte hab ich auch. Ist cool. Was hab ich denn da jetzt noch bekommen? Barley. Barley. Barley for the bean. Ich bin grad überlegen, ob ich zurückrennen soll. Was, warum? Auch nur so. Weil ich dafür schon habe. Hm? Ich hab schon Minecraft. Ich glaub, ich weiß, was ich mir los. Ja, genau. Hast du auch geschienen? Nee, ich bin proba. Alter. Ja, du musst nur schnell genug looten. Ja. Machst du was mit Readycraft, ja? Ah, vielleicht. Ich weiß es noch nicht. Was ich auf jeden Fall schon mal sagen könnte, wenn es klappt mit Rotary Craft, das wird bei mir sowas von tot geknüppelt. Ja. Ja. Schauen wir mal. Ja. Oh, ich hoffe ja. Hier ist ein MFR-Rubberwood. Ja, dann nimm ihn mit. Keine Axt. Nee, nee, muss. Müsste ich eigentlich nicht verhaften. So. Ja komm. Mal wieder wegpacken. So, warte mal. Was bist denn du? Magenta. Oh, das ist ein Beehive. Nee. Hast du dich eigentlich schon mit ein paar Mods hier auseinandergesetzt? Ähm, nein, glaub nicht so wirklich. Also, was haben wir denn alles hier? Wir haben Advanced Solar Panels. Okay, das kenn ich. Acrycraft, klar. Another One Bites the Dust. Das ist einfach nur, ähm, ja, Duste, ne? Duste. Duste. Ähm, ja, hier. Was ist das? Nativ Kobalt und so weiter und so fort. Ja, das ist jetzt nicht wirklich interessant. Applied Energistics 2 auf jeden Fall. Ähm, da könnten wir vielleicht noch überlegen, ob man noch, ähm, AE... Ja, genau. Ob man den noch dazu bekommt. Dann hier eben Dimensional World von Aroma 1997. Klar. Avi... Nee, Avarizia. Was ist das denn? Das weiß ich jetzt schon nicht so genau. Okay. Bobbles, klar. BC Builders, klar. BC ist eigentlich generell klar. Bibliocraft auch klar. Big Reactors. Binicore, Biomes and Plenty auch klar. Blood Magic. Auf jeden Fall. Botania... Botani? Okay. Ja, das könnte für dich ein schöner Mod sein. Ja. Longveeds. Very Longveeds. Dead Flower. Training. Alter, da kriegst du ja Light Green Keramikblöcke. Glas. Uh. Thin Crossed Keramikblock. Okay. Ja, das ist bestimmt was für Deko und sowas. Mhm. Äh. Buildcraft, klar. Buildcraft Compact. Carbon Dust Blocks auch klar. Chisel Computer Craft auch klar. Deko Craft. Oh, Deko Craft. Das wird geil. Ja, den würd ich mal zeigen. Dance Oars. Draconic Evolution. Da freu ich mich auch schon sehr drauf. Oh ja. Ender Storage, klar. Ender Tech sollte auch klar sein. Extra Beasts, ja. Extra Cells auch klar. Extra Trees. Da könnte man vielleicht mal gucken sogar, dass man die ganzen Bäume und sowas sich so in Park anlegen kann. Brauche ich aber Bienen, glaube ich, ne? Äh, wofür? Für extra Trees. Äh, ja. Ja, extra Utilities. Galactic Craft, da werde ich auf jeden Fall sehr viel machen. Und, äh, ja, wir können jetzt da viel noch durchgehen, das machen wir dann so nebenbei. Ähm, Soundcraft. Das auf jeden Fall. Also, da möchte ich mich auf jeden Fall mit, äh, auseinandersetzen. Und dafür gibt es bei mir dann Blood Magic. Ja. Gerne, gerne. Oh, es wird langsam dunkel. Aber das macht's. Oh. Ach man, ey, die blöden Pappys hier. Also hier Blumen. Äh. Hallo? Ja, danke. Äh, die kann ich da wieder setzen. Zack, zack, zack. Du kommst doch mit. Du. Hallo. Oh, schwarz. Schwarze Blumen. So, das hab ich nicht. Das ist so ein Problem für dich. Aber das ist schwarze Blumen? Ja, klar. Nee. Schwarze ist ja meine Lieblingsfarbe. Mhm. Ich dachte schon, du würdest du hier wieder einen Rassistisch machen. Nö, 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 nö. Quatsch. Nicht, dass du hier deinen wundervollen Zuschauer wieder einen Grund gibt, so wundervolle Kommentare zu schreiben. Ja, was schmeißt denn hier einfach die Bücher weg? Na? Äh, das... Das... Äh, das... Äh, das... Äh, das... Ich hab schon mal einen Stick und 40 Clay. So, warte mal kurz. Kann ich? Geht. So. Ich glaub Morpheus müsste auch installiert sein, ne? Ja, ja. Ja, sehr schön. Passt. Wunderbar. Wacky, wacky, rise and shine. Mhm. Das werden wir vielleicht auch noch abändern. Oh, guck mal hier braun. Hab ich schon braun? Nee, hab ich noch nicht. Doch, hab ich... Da. Oh. Oh. Einfach mal ein paar Blumen gesammelt. Ähm, ja, ich glaub hier kommen ein paar Berge. Echt? Mhm. Oh, ja. Schick, schick. Alter, was ist denn das für ein Monster? Uh. Ähm, vorsichtig, hier ist eine Schlucht. Schlucht? Was kriegst du denn da? Muss ich immer wieder suchen? Ja, ich hab... Weiß auch. Ah, Bärenbüsche. 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 Cool. Äh, hab ich noch ein bisschen Platz? Ja, hab ich noch. Ach komm, den Rabberwut, den kann ich erstmal eigentlich wegwerfen, ne? Dann brauch ich jetzt eh nicht. So, nehmen wir mal hier die Bären mit. Ich hoffe, das geht jetzt. Äh, nee. Hä? Muss man die jetzt mit der... Nee. Habe ich die jetzt nicht? Doch, hab ich. Okay. Ich hab gedacht, die muss man jetzt mittlerweile mit einer Schere abbauen. Nein, nein. Dann ist er gut. Dann ist er gut. Oh, sind Pferde. Uh, Pferde. Cool. Schade, dass wir noch keinen Sattel haben. Ja, das wäre schön. So. Paar Büsche. Da haben wir ja schon mal die ersten Rationen hier gesammelt. Essensrationen. Also ich hab was bei Büsche. Ja, cool. Was hab ich jetzt? Äh, Blueberry. Ja, perfekt. Ja. Kannst du Blueberry-Muffins machen? Ja, klar. Was hab ich da jetzt eingesammelt? Dandelion? Ne, will ich nicht. Dandelion? Dandelion. Was bist denn du? Botania? Habe ich dich schon? Ja, ein bisschen. Dann nehm ich dich auch noch mit. So. Na? Ja, jetzt gehen wir mal hoch, ne? Äh, ich versuche eigentlich schon, mit meinem krassen, ähm, Künsten hier eigentlich aufzuspringen, aber das klappt noch nicht so gut. Hm. Nein. Boah, Mann ey. Das ist eine wundervolle Motivation in Deinste. Aha. Ja. Wieso ist hier eigentlich so viel Cobblestone? Ich weiß es nicht. Oh. Ja, ist ein... Ist das hier ein Eevee? Also hier ist auf jeden Fall so ein Obsidian-Totum. Oh. Äh, wie komm ich denn? Nein. Ah, verdammt. Komm und? Highlands. Alter. Lass mich doch mal jetzt da hoch. Ja, also. Geht doch mal fast. Highlands. Mhm. Äh. Ah, ich glaub wir sind oben. Ja. Sehr schön. So. Wo? Oh, ein Totem. Da ist der Totem. Ja, cool. Da ist ein bisschen Cobblestone. Ich glaub das sind irgendwie Strukturen, die... Keine Ahnung. Mann hier. Limeflower. Ich glaub die brauch ich auch noch. Ich weiß worauf ich ja mal gespannt bin. Hm? Draconic Evolution letztens noch ein Update bekommen. Oh, okay. Das hat auch ein Reaktor. Ach du Schande. Mhm. Mhm. Gehen wir mal weiter. Gucken wir mal hier auf die Karte. Und wir müssen jetzt schon ein gutes Stück laufen. Ja. Hier auf der Karte sind wir vorhin auch ein bisschen rumgelaufen. Das war ein bisschen zu neblig. Mhm. Ein bisschen arg neblig. Hier ist meine Not. Aber keine Hungry, oder? Ne, ne. Ansonsten würde ich jetzt schon schreien. Ja. Oh, Bali. Ja, der sammelt schon die ersten Erze, ne? Ja sicher. Habe ich schon rot. Ja, ein bisschen. Ich hab schon 5 Eisen und 15. Ach joa. Hallo Huhn. Aber aber. Du bist ein Spinner. Dafür hast du jetzt lange gebraucht. Ja. Ab und zu brauch ich ein bisschen länger. Mhm. Merkerts. Wenn's mal wieder länger dauert. Oh na. Machen. Doch. Ja. Ja, also die Gegend gefällt mir so jetzt nicht so besonders, wo man dann bauen könnte. Ich meine, da könnte man bestimmt wie so ne coole Bergstadt bauen, aber muss jetzt auch nicht so wirklich. Ja ne, ich hätte schon gern ein paar Bäume hier. Weißt du? Also ich hab Setztlinge. Ja, hab ich auch. Hab ich auch. Ja. Ne. Ne. Weißt du, was ich mein, ne? Ne. Ne. Ja, genau. Mhm. Ich auch. Oh. Das sieht interessant aus. Oh ja. Das sieht sehr interessant aus. Alter, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, wir sind jetzt gerade noch... Alter. Häusern Ivy. Aufpassen. Super. Ja, das war keiner. Aua. Jetzt hab ich sie auch. Mhm. Toll. Was für ne Schauflas denn du da? Ne Zinn? Hast du die ja jetzt... Hast du die ja jetzt ge... Ne, hast du nicht gecraftet, ne? Hast du gefunden? Ne, gecraftet. Ich hatte eben bei dem Hexenkreis hatte ich ein Zinnbarren bei. Ja, super. Du bist mir einer. Oh Gott. Geh mal bei der Westen, oder? Ich geh jetzt vorüber zu dem Schwein, ich brauch diesen Hut. Ja, mach ruhig. Was hab ich denn noch? Alles einstecken, was ich jetzt im Moment nicht brauche. Alles klar, ich hab den Hut. Ich würd' sagen, das war's dann auch mit diesem Projekt, ne? Ja, genau. Ja, vielen Dank fürs Zusehen gehabt, euch wohl auch da rein. Viel erreicht. Wir haben den Hut. Mhm. Oh, hier ist schon mal viel Clay. Äh, glaube ich. Ich seh bloß Wasser im Weiler. Das ist Clay. Ach, das ist saudoof. Ja, ich baue ab. Ja, baue mal... Oh, hier ein Goblin? Sind die böse? Ne, ne, die Goblins sind nicht böse. Okay. Kade. Ich bin schon gern gehauen. Oh, guck mal hier. Berrygarden. Ah, verdammt. Was kann ich denn jetzt dafür wegwerfen? Äh, ich bin auch mal überlegen, was ich heute wegwerfe. Rabba ist jetzt liegen. Na, komm, weg. Ähm. Oh, ich schätze dafür gerade. Was machst du? Ich hab grad ein bisschen Wasser geschluckt. Oh, sowas. Guck mal, ich hab hier noch so eine Berry. Die kannst du mal aufsammeln. Ach, Mandrake brauch ich nicht. So, okay, passt schon. Mit welchem Inventar? Ja, genau. Ja, dann sollten wir aber mal langsam wirklich mal so einen Punkt finden, wo wir uns niederlassen. Ja, so langsam wird's Zeit. Oh, Barley, überall Barley, das ist sehr gut. Wir wirst ja noch eigentlich mal schauen, dass wir irgendwie ein Dorf finden und dann mal so, ja. Ja, auch. Also das wäre auf jeden Fall jetzt mein erstes Ziel. Das ist ja so der Echsen-Typ, ne? Ne, nicht so wirklich. Alter, aber hier sind große Bäume. Das ist auf jeden Fall. Da, ja, ne? Vorhin waren's zu wenig und jetzt sind's irgendwie zu viel. Boah, ich hab auch eigentlich einen richtig guten Weg gefunden, wie man da relativ leicht an Ciao-Col kommt. Einfach so einen Baum anstecken, oder was? Äh, ne, Stone-Number-Hack sind zwei der Trolls hinter die ganz dicken. Ach so, ja, genau. Das hatte ich mal mit Autos-Malke gemacht. Mhm. Also so eine Bivel hat sich damit schnell voll. Okay. So, was haben wir da drüben? Äh, boah, das sieht auch nicht schlecht aus. Mhm. Was, wie Wüste? Düster. Düster? Ach so, Düster. Ja, dunkel. Dunkel? Hm. Duckweed. Nee, das war, glaub ich, ein anderer Boden. Nee, nee, hier am Boden Duckweed. Hier im Wasser. Hä? So, warte mal, ich muss das Weiler-Nummer umstellen. Weiler-Liquids-Hidden. Oh. Luami-Dirt. Schön. Luami-Gras. Mhm. Oh, was ist denn das für ein Baum? Der sieht interessant aus. Willow-Hood. Schön. Schön. Doch. Fällt mir. Eigentlich könntest du nicht jedes Mal aufs Neuste. Warum? Luami. Ja, genau. Wir müssen uns mal hören. Luami. Luami. Jo. Hm, also das mit dem Berg da hinten hat mir besser gefallen. Ja. Wir sind doch schon bald 30 Minuten, ne? Ja, ja, ich weiß. Wird. Ja, macht doch nichts, oder? Ja, ja, das ist doch okay. Können ja einen Schnitt machen. Ja. Ja. Maaan. Ja, was denn? MAAN! Gut jetzt. Schreit doch nicht so rum. Nee. Sei doch mal ein bisschen gechillter. Ich bin doch ganz ruhig. Ja, klar. Natürlich. Ich glaube, was ist noch mal hier denn? Was ist noch mal denn hier? Ich will es auf Bäumen. Auch nicht schlecht. So. Oder Bäume unterbrechen? Nö. Also ich glaube... Nee, das gefällt mir nicht so. Echt? Echt nicht. Ähm, nee. Da haben wir schon wieder Rabberwoods aus IC2. Musst du ja nicht, ne? Aber ich glaube, aus dem Rabber kannst du ja auch was herstellen, oder? Jaja. Das war übrigens ja unifiziert. Mhm. So. So. Mein Gott, ist das spannend hier. Alter, das sieht geil aus. Moment, was? Das sieht richtig geil aus. Ich glaube auch. Doch? Nee, ich glaube, hier könnten wir uns nie lassen. Ich seh dich noch nicht. Also auf der Karte schon, aber... Ja. Na komm. Alter Mann. Ich bin schon da. Aha. Ich seh's. Ich war gerade überlegen, ne? Nee. Ja, da unten ist Wasser. Nee, lass es. Und hier? Oh ja. Ja. Ja? Schön, oder? Mhm, es hat was. Es hat wirklich was. Also wir wollen zwar auch getrennte Let's Plays machen, aber eben auch nah aneinander bauen. So. Ne? Ja, so zwei Blöcke Abstand. Ja, genau. Das reicht ja. Aber ich will mich nochmal schlafen. Hallo. Hallo. Okay. Würdest du bitte mal von meinem Bett runter gehen? Danke. Meine Güte. Ist ja furchtbar. So, okay. Ich kann gar nicht verstehen, was die Leute meinen, dass ich aufdringlich bin. Ach Quatsch. Du nie. Was bist denn du? Leafsgarden. Oh, das ist auch nicht schlecht. Ich würde sagen, wir bleiben hier. Ja. Willst du in den Berg rein oder so? Oder willst du eher nicht so in den Berg rein oder keine Ahnung? Also... Ich will diesmal unterirdisch. Das machen wir aber auch dann mit dem Haus drauf. Unterirdisch mit dem Haus drauf. Ja. Er wird sich da für dich anbieten, hier irgendwo draußen. Weil ich würde gerne in den Berg rein, wenn das okay für dich wäre. Nee, das geht gar nicht klar. Warte. Schade. Schönen Hut. Hm? Poolhead. Ein Poolhead. Guck mal. Schön, oder? Der sieht ja gerne aus. Ja, schick. Auf jeden Fall. Also ich hab Chili. Du hast Chili? Das ist cool. Was ist das drin? Jetzt wieder Eisen. Ah, sehr gut. Ja, ne. Dann würde ich sagen, wir lassen uns hier mal ein bisschen nieder. Ja, machen wir. Ja, machen wir auch. Gut. Gut. Dann erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Achso, warte mal, du darfst Abmoderation machen. Bäh. Ja, okay. Dann auch nochmal von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht. Anmerkung, Kritik. Konstruktive Kritik. Alter. 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 Hier ist Skystone. Ja. Ich such grad den Meteor eigentlich. Wo der abgeknallt ist. Ja. Wahrscheinlich da oben irgendwo. Ja, das verfürchte ich gerade. Oder. Oder. Irgendwo da. Da. Da hinten. Oh, ne. Hier dürfte nichts mehr sein. Da hinten hinten. Die perfekten Jump Skills, die ich wieder einen Tag lege. Ja, mit dir hab ich eigentlich auch nochmal die Idee für noch ein kleineres Projekt mal auf Vorrat oder so. Aha. Kann man mal so später drüber reden. Ja, okay. Gut. Auf jeden Fall. Wenn dir die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht. Anmerkung, Kritik. Halt es in die Kommentare. Schaut auch beim Street Digger vorbei. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Ja, und für mich gilt natürlich auch dasselbe. Gehabt euch wohl. Haut rein. Und schaut auf jeden Fall auch beim Torch vorbei. Tschüss. Tschüss.